das und das ist es ernst gemeint hätte und mein Gott klinge ich echt so wie ich war jetzt auch sagt sagt was er soll sollen dann können wir reden aber das ist gut zu sein gestorben Zahnstein und ich habe mit dem Stich und er juckt das ist doch aber das kann sie reden Nester du fängst an Sanji ist dick Sanji heißt rückwärts Ians ja ja sehr interessant sagt was jetzt eine halbe Stunde gebraucht ne ich weiß und es ist falsch es heißt ich nass stopp verdammt 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 so sterbt jetzt fahr ich gegen diese Prozent er ist aber dass sie die Strecke nein mein Lieblingsschiff ist sehr klar was ist das ey weil wenn ich so nachher WCL fahr ich hole gar keine Punkte sari oi das ist gut ich habe nämlich gewettet dass ihr verliert ey warte mal schnell dass ihr gewinnt ey gibt es bei der WCLs auch Vote System das wär geil dann würde ich immer für Joshua voten A minus und für Herringway hey Joshua wie geht's hallo boah du Sack alter du Sack alter ja du der hat mein Eintone geklaut ich mein ich bin der Weg Wormann 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 ihr habt zu Glück Pilze ja neul dieser Juli hat es vor Ort da gefallen Leute hat gedutscht im Blutschel ey lol so Leute also ich sag euch es kommt genau jetzt der Blitz ja mach 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 Leute haben noch blauen ne kommt doch nicht ja kommt doch nicht wer sagt wer sagt auch bei einem Städte jährlich schmackt und dort ja es geht ja fast mein Item auch noch neben mir oh Blushel lol ich hab nicht 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 Lupa lol das Schlachtfeld hier ja nein ich bin untergefallen ab der Druck nein ich hab nicht ich hab nicht ein Blubber ja ja ich hab nicht einfach zu fett für die Welt also dein Bowser also ja nicht nur mein Bowser ich auch kollektivfällen oh nein nicht kuscheln wer will die Bombe haben Kuschelsyndrom das ist ganz schlimm lol von dem Bob ey ja groß genug ey das war geil äh ey das hat wohl jemand die Bombe oh Gott das war meine ja jetzt hab ich ne Wolke hier nimmst mir ab boah die Fakebox ne ja das war meine ah du Penner das Thema hab ich am Ende Leute wegen euch nein oh Gott hab ich nicht mehr die Bombe Alter das weint man du wickst kid oh Jashi ja toll ey ich habe mich aller was das war sich grad voll aggressiv hier Loryanita war extra ist das scheiß gender nein ich wollte gerade Max hier einsetzen ey du schön aber bitte was gutes ihr Art Stern d 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 ahhhh oh wehe oh oh ho 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 das war so knapp ey ähh jam 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 das wollte ich erstmal sagen genau und nix Es ist fertig! Ey! Sie ist fertig! Ey Loli, der Profisier! Sie ist fertig! Das war so verdient! Wer ist fertig? Na was du sagst? Sag, es ist fertig! Die Seite, die Seite ist fertig! Pfinnpfiff! Ähä! Ähä! Ach so! Ja! Ähä! Okay! Okay! Ähä! Versteh grad nichts! Ich auch, Mensch! Ist auch egal! Einfach mit! Ja, sie ist fertig! Das werdet ihr noch eines Tages sehen! Eines Tages werden wir euch alle in Grund und Bohnen stampfen! Haha! Ja! Wenn ich dich verlegge vielleicht! Und nur vielleicht! Ähm! 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 Sack! Passwort! Code! Weißen weißen noch Kevin! Code, Code! Ja, Code, Code! So geil! Kevin schickt ihr ein Bild und da ist seine Daten drauf! Okay, Passwort! Vanita stinkt! Ihre Strecke kommt übrigens gerade dran, ne? Ähm! Welche? Was? Hust, hust! PNF kommt gerade dran! Ähm! ja was ist denn P&F ähm ähm wir sind schon weh in der Welt ja alle bleiben stehen ja ne ich wusste nicht da so los ich war mich da zu kontrollieren ich bin einfach nur auf den Platz gefahren du hast ja wohl voll bei den Item geklaut hä wo bist du hin sag sag wo bist du hin ach da ist er ne das war Marna ich wurde vom Marna geklaut ah nein man ey wie kannst du eine Daisy 2 Items nehmen das hat behindert nein oh man ach man oh ich bin ausgewichen aber wurde trotzdem getroffen ja ich hab den Checkpott ja und Jeanette wirft noch eine bitte schön mann nimm sie wieder nein nein ah so was unverdientes nein 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 das ist gemein gemein ey ich zeig dir noch gemein oh falsche Richtung hm nein verdammt oh man was ist das man was macht der P.O.W. ey lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe okay Leute äh das hier kann man auch unter Mario Kart Wii verstehen wenn ein Sack durchdreht und dich ficken muss zwangsläufig ficken muss Alter jetzt bleibst du stehen du ach ja okay ich bleib stehen oh man ey lol sag das ist nicht lustig Joshua hat mich gleich überrundet das ist lustig warte ich bleib nochmal stehen da hat er dich überrundet nein boah das war's oh man weiß jetzt bin ich ausgewichen und voll ins Gras eingefahren also ein ganz großer Tipp an euch fahrt bloß lieber zusammen mit Sack in einem WW das ist nicht sehr gesundheitsverträglich so dass ich jetzt in Ruhe doch du Peller es reicht's mir jetzt kommt ein Attentat ich töte euch töte euch töte euch töte euch BÄM ich hab irgendwie übergerampt ja ich bin noch 8 da geil freut euch des Lebens und ich bleib entnecken nein ich krieg nur ein Bullet Bill ich glaube ich hab mich jetzt registriert oder hab ich das du so selbst be determined mal gucken wie viele Punkte ich verloren habe oh es sind ja nur 163 nur das wird ja ein 9.999 Let's Play also Dankeschön an Sack der sich so aufopfernd für mich in die Brandung schmeißt das macht doch nix gerne wieder ja ja er wird auf andere Beine eingeschlafen Passwort immer noch dasselbe wie eben wer ist denn das nochmal ist das hier mit dem Dingens ne genau okay Marco ist drin hallo du sagst dein Anleitung war erfolgreich ja das ist äh Anita Anitas Anita ist das die ganz kleine Anita die mit dem Hut die mit dem Hut Baum so kann ich nicht mehr haben nein haben wir auch hier einen Marco den wir einladen können nein nein äh Jan musst du mich noch freischalten oder warum kann ich mich einloggen was soll der Scheiß natürlich ist hier noch ein Marco Mann Mitglieder Räser 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 wie heißt das denn achso der hat die Seite gemacht nein mein Gamecube deine Gamecube ey spiel Mario Kart wie mit der Gamecube ey oh ich bleib stehen oh nicht wegen mir oder Toll ich bleib stehen und irgendwie sind alle meine grünen weg ohne dass ich irgendwas getroffen habe ich hatte auch drei Stunden noch mal ein Teil der Welt es gab drei ergeleitet man verpflichtet ist erster ja wenn du so lecker sind hat nicht dreimal und ist auch aber die Wende Bob Treffen so voll die Stinken zu sposten ja klar habe ich habe mich noch nicht das letzte Mal rechnen natürlich Marco ich werde aber wieder an der Selbststelle geschockt das ist so und wird auch wenn man auch zittert mal da war ich würde mich als erledigt war ich habe irgendwann runtergeschubst und wurde wird erledigt Montalek er hat er nicht mehr als erledigt weil erster da voll angepasst worden abgelöst bei dieser Falle und da sagt die Parkpläne ich meine Herren Ja, jawohl Ja Dieser scheiß Julian überholt mich auch noch Das ist so ein Blödsinn Leute, ganz im Ernst Wie wärst du mal einfach hier mit einer Vote? Also Daumen hoch, wenn Sack weiter mich ficken soll, damit das jetzt noch länger dauert, oder Daumen runter wenn Sack stinkt Daumen runter Daumen runter Ja, beides, genau Entscheidet ihr Das ist aber auch unfair, also Sack hat auch eine schöne Vorgeschichte, er war ja vorher mal Hacker Und er weiß sozusagen, wie man Leute ficken muss Wie man geschickt fahren muss, um Leute zu ficken Und Er sucht sich gerne mich als Opfer aus Weil ich mich gerne ficken lasse Logisches Denken Ach, nicht so viel Ficken, hinterher wird das Video noch ab 18 eingestuft Ich mach' Ich mach' Ich mach' Und Wir begrüßen ein neuer in der Konfi, Marco Hallo Marco Hallo Na auch, komm schon Ja, eigentlich kann ich glitschen Jetzt so klar, dass ich mit mir fahren werde und ich von da schubsen werde 850 Also, äh Da ich ja Klanlos bin, brauche ich mich ja nicht dafür zu schämen, dass ich jetzt den Glitch machen werde Das trotzdem nicht Wer den Glitch macht, wird gelöscht aus meiner Liste Tja, dann werde ich wohl halt gelöscht Man, wieso kommt ne Bombe, ey? Ich hatte ne Rettbewerb Ich hatte ne Rettbewerb Du siebten alle Nein, wieso fett ausgerechnet ich und sag, schafft das So was unverdienter Du siebten alle Störbt manna aus Störbt manna Ich versuche manna runterzuhauen Ah, bei mir ist manna runtergefallen, was soll denn der Scheiß Ich war jetzt wieder richtig Marco hat anscheinend die Nutsch verloren Ich war auch wieder richtig Ich bin jetzt nur Erster, also von daher Ja, ich auch, also von daher Ja, du bist zweiter der Vollposten Ja, welche Runde bist du? Zwo Ich bin dritte Fail Ja, eh nüt Was? Eh nüt Das ist von mir eingestellt Nein Das ist lustig Strecke ist wie ein großes Trampolin Ey, das war meine Joshua, oder wer das war? Nein, Redshail prall ab, mann Wichskind Was soll das? Ich hab Joshua Falsche Richtung gefahren Letzte Runde Letzte Chance vorbei Naja, ein, zwei oder drei Mann Vier Was gut ist, was gut ist, was gut ist, nein, Blue Shell, was gut ist, was gut ist, was gut ist, nein, drei Nein Blue Shell Wollte mich verarschen, ihr seid ja alle auf'n Haufen und ich hock hier rum Seid ja alle auf'n Haufen 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 Eh, kam schon Blue Shell, ah, das ist ja Mal los, Redshails Leute, mein Blue Shell zweimal getroffen Haufen Nein, dreimal Drei Mal Dich auch? Ja Also Also Mein Blue Shell hat dreimal getroffen, mein Aff hat sich auch dreimal gefreut Ja, muss ich das nicht mehr sagen Bei mir war das nur ohne Glück Nein, ich fehle das 10 Bei mir war das Slack, das auch zweimal getroffen hat Oh Gott, ah, der Feuer, Hilfe Nein, das war schon Boah, nein, du bist so am linkser Mhm, ist ja interessant Gut das mal zu wissen Joshua sagt gar nichts mehr, der ist, äh, völlig fertig Der ist kacken Ja, Blue Shell auf mich Nein, Mann, nein, haha Haha So Ist natürlich der Mogo vor mir, hey Ja, ich glaub' ja nur geglitscht, weil du geglitscht hast